Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf unserem Kanal VUTD Podcast, dem Podcast mit Mehrwert. Omar, wie geht's dir? Mit Mehrwert, für Mehrwert, dein Mehrwert, unser Mehrwert. Genau. Von allen der Mehrwert. Alhamdulillah, mir geht's gut. Wie geht's dir, Bruder? Auch, Alhamdulillah, ein bisschen wieder unterwegs gewesen. Kennst du ja. Und viel auf der Reise. Mir ist eine Sache aufgefallen, Omar, ne? Auf der Reise. Oder fällt mir jetzt immer wieder auf, ich bin auch oft mit dem ICE und so weiter unterwegs. Bruder, die Leute hier in Deutschland, finde ich, wenn ich jetzt auch mit anderen Ländern so vergleiche, lesen ziemlich viel. Also wenn du so in den Bahnen sitzen, im ICE sitzen, das sagt jetzt nicht jeder, aber sehr, sehr viele überdurchschnittlich, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Ländern, wo ich war, also die lesen echt viel. Die haben immer ein Buch dabei, so einen dicken Roman oder irgendwas anderes, wo die am Lesen sind. Das ist auch schon mal aufgefallen. Oder das ist auch das Land der Denker und Dichter oder es war das Land der Denker und Dichter, weil die Social Media hat auch natürlich Deutschland eingenommen. Ja. Ich bin bei dir, ne? Wir sind, oder ich bin ja ein bisschen älter. Ja. Ich bin viel älter, aber ich bin ein bisschen älter. Und das habe ich früher auch beobachtet. Also war ja vorher immer, irgendwie war das eine Leitkultur in Deutschland, ne? Das hat immer dazugehört. Wenn man zu Hause war, auch dann, okay, Vater nimmt sich ein Buch, die Mutter ist am Lesen, automatisch das Kind macht das ja auch. Oder diese Gute-Nacht-Geschichte. Ja. Ja. Ja, da weiß ich, was ich meine. Ja. Und ich glaube, deswegen ist das so stark hier vertreten. Aber die müssen auch aufpassen, weil die verlieren das. Ich habe mal nachgeguckt in der Statistik. Das ist ein bisschen älter, vor ein paar Jahren, also sieben Jahre oder so ist die her. Da wird gesagt, dass die über 50-Jährigen, zwischen 50- und 60-Jährigen, das so durchschnittlich fast 30 Prozent jeden Tag lesen. Und bei den Jüngeren, so, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, bei denen, also diese, ja, 18 bis, bisschen bis 25 oder so, dass da nur noch irgendwie nur noch die Hälfte, 15 Prozent lesen. Das heißt, also auch hier dieser Trend wirklich zwischen Alt und Jung ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Also die Kultur des Lesens war auf jeden Fall ein starker Bestandteil der deutschen Gesellschaft, ist aber, weißt das, oder geht wahrscheinlich durch diese, wie du sagst, durch diese ganze, Social Media und Kurzzeitaufmerksamkeit, geht das verloren. Weil heutzutage, ganz ehrlich, wer schafft es denn, von den ganzen Leuten, uns eingeschlossen, wir sind ja auch mitgeschädigt zum Teil, wer schafft es denn, Nein, wer schafft es denn heutzutage, ja, heutzutage wirklich mal eine halbe Stunde, Stunde an einem Buch zu sitzen, Aufmerksamkeit, kein Handy zu nehmen oder irgendwas anderes zu tun und wirklich durchgehend zu lesen. Ich schaffe das auch, Alhamdulillah, aber... Warum musstest du direkt sagen, ich auch? Ja, weil du hochgemacht hast, sag ich mir auch. Ja, dann denken die wieder, der ist hier voll der... Wollte wissen, aber du bist Akademiker. Ja, aber du ja auch jetzt. Auf jeden Fall schaffen das viele nicht mehr. Die Leute schaffen es ja nicht einmal mehr, guck mal, was das krass ist, die Leute schaffen es ja nicht einmal mehr im Kino oder in einem Film, wenn die den gucken, was sowieso nicht, was ich empfehle, aber allgemein schaffen die nicht einmal durchgehend einen Film oder so eine Folgeserie durchzugucken. Das heißt, Leute sagen zu mir, die treffen sich, damit die einen Film gucken, dann gucken die zusammen, dann sagt der, der neben mir auf einmal nach fünf Minuten ist er am Handy, am Schreiben, am Gucken, der andere nix, auch alle am Handy. Die treffen sich im Café, jeder am Handy. Das heißt, diese Aufmerksamkeit, man kann sich nicht mehr auf eine Sache fokussieren, halah, es ist vorbei. Drei Sekunden, Goldfisch hat neun, hab ich schon mal gesagt. Ja, dann haben wir uns... Fun Fact, ein Bekanter hat mir das erzählt, die sind mit Kindern ins Kino gegangen, ne? Ja. Einen Kinderfilm gucken, ne? Ja. Und nach fünf Minuten hat ein Kind so gemacht. Und das wollte der nächste Film. Nach fünf Minuten... Weiter, weißt du? Wollte so weiter skippen. Das heißt, guck mal, wie geschehen das Gehirn des Kindes. Das ist wirklich so. Ich glaube... Weil das Ganze am iPad ist, der Film hat einfach zu lange, weil es hat ja diesen Vorspann, wie früher, wo du dich darauf gefreut hast. Genau. Jetzt ist das zu langweilig, wenn da nicht schnell was passiert. Genau. Aber das Kind wollte einfach weitermachen. Zeigen, weiter mal. Damals... Der Vater von dem Kind hat mir das erzählt. Ja, das ist krass. Damals hat man eine VHS-Kassette-Wutgi gefressen. Das heißt, die wurde bestimmt fünfmal zwischen Cousins, Brüdern und was auch immer ausgeliehen. Dann hat man dann 15 Mal hat man das dann geguckt, in einem Jahr oder so. Jedes Mal, weil es gab ja nicht viel. Ja, ja. Und wenn, dann hat man so eine billige Kopie gehabt. Kino konnte man sich eh nicht leisten. Ja. Außer den Notausgang-Tricks. Astagfirullah, genau. Das habe ich nie gemacht. Auf jeden Fall. Und da merkt man, subhanallah, die Menschen, das Gehirn, unser Gehirn ist richtig zerstört worden. Und Lesen ist ein extrem hohes Potenzial. Nicht nur, dass du, wie die ganz vielen Vorteile natürlich, einer der größten Vorteile meiner Meinung nach ist beim Lesen, dass du Sprache lernst. 100%. Du siehst das auch ganz viel bei unseren Leuten, bei Leuten mit Migrationshintergrund. Guck dir mal deren Zeugnisse an. Ich mache das immer gerne. Und wenn ich die Zeugnisse gucke, die sind richtig fit in fast allen Fächern. Außer Deutsch. Rechtschreibung. Außer Deutsch. Ja, ja. In der Grundschule haben die das Fach, glaube ich, Deutsch noch gar nicht. Dann heißt das Rechtschreibung, dann irgendwie Lesen oder irgendein Sprachgebrauch. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich habe lange nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall ist das, der Bereich Rechtschreibung, findest du so alle anderen Noten. So eins, zwei, auch mal so eine drei. Und dann siehst du da ausreichend oder befriedigend. Also immer ein, zwei Noten schlechter als die anderen. Warum? Woran liegt das? Du hörst zwar das Wort, aber wenn du es nicht oft genug gesehen hast, schreibst du das Wort so, wie du denkst, wie du es gehört hast. Und nicht so, wie es tatsächlich geschrieben ist. Und du hast dann oft eine Rechtschreibung. Und ganz viele, die halt nicht lesen, finden sich wieder in diesem Dilemma, dass sie, wer ist das, und heutzutage lesen die ja keine Bücher mehr. Die lesen irgendwelche Kommentare von anderen Leuten, die selber nochmal noch schlimmer sind. Ich kriege manchmal die Kretze. Unsere Leute zum Beispiel, die können zum Beispiel nicht zwischen den und dem unterscheiden. Den und dem. Das eine ist Akkusativ und das andere ist Dativ. Aber die können das nicht unterscheiden. Und das ist ja egal, ob du es kannst grammatikalisch oder nicht, aber du hast so die Sprache gelernt. Nichts. Und das finde ich richtig traurig. Und ich finde, dass neben der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die jetzt ethnisch deutsch ist, dass sie viel lesen, das geht ja schon weg, schade. Aber unsere Leute lesen, glaube ich, gar nicht. Also, wenn du nach Hause kommst zu denen, ich war mal erschrocken, kam mal zu einer Familie sogar, die hatten nicht einmal einen Mushaft zu Hause, Bruder. Also einen Koran. Ja, die hatten nicht einmal einen Koran zu Hause gehabt. Also eine muslimische Familie. Eine muslimische Familie. Also, allgemein finde ich, muss jeder Haushalt so eine kleine Bücherei haben. Ein paar Bücher, Kinderbücher ein bisschen, Abwachsenenbücher, auch islamische Bücher, wenn du eine muslimische Familie bist und so weiter. Ein paar Bücher müssen ja ein bisschen da sein, ne? Auch wenigstens als Dekoration so. Nicht einmal einen Mushaft hatten die zu Hause. Sie haben suchen müssen. Haben die nicht gefunden. Und wenn die Bücher haben, habe ich ja eine Dekoration. Dann haben die immer so eine, so eine, so eine Dekorationsschicht. Diese Staub, die lesen nicht. Und ich kann das nicht verstehen, wie das sein kann, dass wir Muslime nicht lesen. Ja, gar nicht lesen. Das ist ein richtiges, großes Problem. Das ist auch der Grund, der Zustand, dass viele dieses, was jetzt neu rauskommt, diese Ta'ala-huhn, diese... Hast du ja ein Video drüber gemacht. Hast du ja aber nicht gesehen, aber ist ja nicht schlimm. Ich konsumiere kaum... Am anderen dafür geht es. Ja. Auf jeden Fall, diese Ta'ala-huhn-Generation, dieses Asi und so weiter, liegt ja auch daran, dass du dich nicht mehr mit deinem, sag ich mal, Intellekt identifizierst oder deine Persönlichkeit dadurch heraus entsteht, sondern die entsteht daraus aus gewissen, sag ich mal, das, was du hast, Aggressivität, Kraftpotenzial und so weiter und so fort. Nur ganz kurz, damit wir das Thema abhaken mit dieser Ta'ala-huhn. Wir wollen ja keine... Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Aber Ta'ala-huhn ist, diese Leute gab es alle schon vorher. Ja. Die gab es ja immer, die auf der Ecke stehen, die umböbeln, die gab es immer. Ja. So. Wenn du heutzutage, darfst du ja nichts mehr sagen. Alles ist ja diskriminierend, alles ist ja so. Was machst du jetzt, um eine Gruppe so zu beleidigen und mit so viel Rassismus, was du hast, und dir nichts passiert? Du setzt einfach ein lustiges Wort davor. Genau. Du machst es als Parodie oder als Sackgastmusik. Und dann kannst du Gas geben. Frauenfeindlich, Messerstecher. Muslimfeindlich. Meistens sind das Muslime. Das Wort ist Arabisch. Das Schlimmste ist, das habe ich auch in dem Video gesagt, dass wir Immigranten das breittreten. Wir haben das berühmt gemacht. Ja, und immer noch weiter. Und alle finden das lustig. Weil jeder denkt immer, der guckt von seiner Perspektive. Weil der sagt... Ich bin ja keiner. Genau. Wenn ich mich über die lustig mache... Bin ich keiner von denen. Ja, aber der... Auf der anderen Seite, der dich sieht, der sieht, beide sehen gleich. Beide sehen gleich aus. Ja. Der unterscheidet gar nicht. Genau. Und deswegen ist es diese Sache, diese Trends sind sehr, sehr gefährlich. Das habe ich in dem Video gesagt. Sofort aufhören damit. Ja. Sofort aufhören damit. Aber leider, unsere Leute sind ja immer dieses Kurzzeit... Kurzzeit, wie nennt sich das? Unterhaltung. Wir wollen immer für kurze Zeit einen neuen Trend. Das geht ja immer darum. Es geht um kurze Zeit, weil wir auch jetzt wieder dieses Spanne haben. Kurz wollen wir ganz stark emotional getriggert werden. Spaß am Lachen. Und dann muss was Neues kommen wieder. Ja, aber das sind auch genau die Leute, die sich am Ende dann darüber ärgern werden. Ja. Die wieder Opferrolle einnehmen werden. Mir ist das egal. Für mich kannst du sagen das, du kannst du sagen... Mit mir macht das nichts. Ja. Aber ich weiß genau, das sind wieder die Leute, die sich wieder getriggert fühlen. Das ist ein neues Kanackenwort einfach. Genau. Die jetzt darüber Witze machen, werden dann später diejenigen sein, die die Opferrolle einnehmen. Deswegen aufhören damit. Und zweites Ding ist halt, jetzt ist ja immer dieses Trend. Ja. Jeder Content Creator oder jeder Influencer sagt, okay, was gerade denkt, okay, ich muss auch ein Video darüber machen. Und dann wird es viral. Genau, und die denken nicht darüber nach. Und der hat dann natürlich, keine Ahnung, zwei, dreihundert Follower, tausend oder Millionen. Und die sehen, okay, dann machen die das auch nach. Mittlerweile, letztes Mal war ich bei Kader. Da waren sieben, achtjährige, alle. Alle, die das Wort dann benutzen. Nur das benutzen. Nur das Wort dann benutzen. Aber ich frage mich, so kleine Kinder, lässt du Zugang zu Social Media? Ja, klar. Also achtjährige, sechs Jahre, ja, aber man kann schon... Aber das kannst du nicht mehr verhindern. Aber es kann schon mal ein bisschen reduzieren. Ja, damit ich bin bei dir. Aber das ist ja das Thema, was wir gerade haben. Du sagst das ja immer so gut. Du musst ja die Zeit dann anders füllen. Dieses Andersfüllen hat ja mit, dass du dir Mühe geben musst, dass du ein bisschen Aufwand betreiben musst. Weil jetzt krieg erst mal ein Kind dazu, dass sie sich mit dir hinsetzt und zwei, drei Seiten liest. Aber das muss ja auch eine Gewohnheit sein, die du dem Kind schon von vornherein beigebracht hast. Das heißt, das Kind muss allgemein schon in der Erziehung, schon physisch immer mit Büchern, was zu tun haben. Von klein an muss ja kein Lesebuch sein. Erst mal zum Beispiel diese Bücher mit verschiedenen Abbildungen, wo du dem Kind sagst, das ist das, das ist das, das ist das und verschiedene bunte, mit Rätseln, mit Ausmalen, mit Gegenständen drin und so weiter. Die Erlebnispädagogik nennt man das ja auch. Dass das ein Erlebnis für das Kind ist, dass es sich freut. Dass du dem Dopamin gibst durch sowas. Weißt du? Und dass das Kind von klein auf Bücher cool findet. Aber was ist einfacher? Wie bitte? Was ist einfacher? Handy geben. Einfach ein iPad geben. Ja. Dann kannst du deine Sachen machen. Kannst du auch schieben. Weil ein Kind ist ja auch, was ein sehr wichtiger Punkt ist, ein Kind will ja viel Aufmerksamkeit von den Eltern haben. Das ist ja immer das, was die Kinder haben, wenn die klein sind. Glaub mir, das Kind will am Anfang nur, dass du dem vorliest, weil es möchte, dass du Zeit mit dem Kind verbringst. Aber dann gewinnt es Gefallen an diesen Büchern. Und dann gewinnt es auch Gefallen daran, sowas zu sehen. Und es wird eine Gewohnheit. Wir vernachlässigen diese Macht der Gewohnheit richtig krass, weil es ist am Ende des Tages nicht das, was mir Spaß macht, was mich daran hält, sondern die Gewohnheit. Warum soll das Kind schon mit sieben anfangen, das Gebet zu lernen zum Beispiel? Nicht, weil das Kind mit sieben schon komplett alles versteht, was im Gebet ist. Aber wenn es mit sieben anfängt, bevor es in die Pubertät kommt zum Beispiel, hat das Kind über Jahre hinweg sich daran gewöhnt, das Gebet regelmäßig zu machen, dass wenn es in der Pubertät ist, es dem nicht mehr so schwer fällt, wenn diese ganzen Gedanken und Umänderungen im Kopf kommen, dass das Kind dann klarkommt und das Gebet trotzdem weiter durchzieht. Aber wenn du erst in der Pubertät oder später anfängst, sagst, komm, bete jetzt und so weiter, die Gewohnheit ist nicht da, die Interessen sind komplett anders, es wird schwer. Und deshalb sagt man immer, und das sage ich auch immer, unterschätzt bitte die Kinder nicht. Unser Prophet Mohammed s.a.w. zum Beispiel, der hat mit Sahabern, die jung waren, Kinder waren, zum Beispiel Abdullah ibn Abbas, er ist ein Cousin, ist einer der größten Gelehrten des Islam, im Tafsir wird er sogar der Übersetzer des Korans genannt, Turjamul-Quran. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, der Prophet s.a.w. sagt zu ihm, er ist ein kleiner Junge, er sagt, er sagt, oh kleiner Junge, ich bring dir ein paar Wörter bei, ein paar Dinge bei, ein paar Tipps zugesehen, bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Das ist ein kleines Kind. Wir denken, was sagt der Prophet s.a.w. dazu, einem kleinen Kind? Das Problem ist nicht, dass es ein kleines Kind ist, der Prophet s.a.w. weiß, was er ihm sagt, was er ihm jetzt zeigt, bleibt in seinem Unterbewusstsein. Jetzt vielleicht versteht er das nicht perfekt, er versteht ein bisschen davon, aber es bleibt so in seinem Kopf, dass wenn er irgendwann mal diese Situation erreicht, dass er es versteht, dass es schon da ist. Du musst verankern, von klein an und deshalb ist Lesen sehr, sehr wichtig, dass man es von klein an beibringt und von klein an auch vorlebt und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir haben. Die Generation vor uns, die waren ja diese sogenannten Fernsehgenerationen. Jetzt haben wir jetzt keine Fernsehgeneration mehr, jetzt haben wir diese sogenannten iPhone und Tablet-Generation und iPad-Generation, aber vorher, bist du nach Hause gekommen zur Migrantenfamilie, immer große Fernsehen, also Wohnung war nicht unbedingt besonders eingerichtet, aber große Fernsehen war immer da im Wohnzimmer. Meistens hat immer der Vater geguckt, wenn er kam von der Arbeit, hat er geguckt, hat er angeschaltet, arabische Kanäle oder irgendwas und die Kinder kamen, haben sich dann dazugesetzt, haben mitgeguckt. Das heißt, du hast direkt eine sogenannte Fernsehkultur gemacht. Die ersten Generationen kann man sich extrem vorwerfen, die kamen, viele waren Analphabeten, hatten nicht die Chance, das zu lernen, mussten auf dem Feld arbeiten, mussten Schafe hüten, kamen nach Deutschland. In Deutschland, was wurde ihnen gesagt? Ah, du, haben die geguckt, ja gut, der ist stark, haben die den in die Fabrik reingesteckt, keine Fortbildungen, gar nichts, das war gar nicht auch irgendwie der Sinn der Sache, der sollte auch bloß gar nicht viel können, der sollte wissen, der sollte viel können, einfach nur arbeiten. Das wäre auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, bildungsferne Familien und meistens die auch nach Deutschland gekommen sind, damit die Leute das auch wissen, die denken, dass die ganzen Leute auch in Marokko in der Türkei und anders alle nicht gebildet sind. Nein, wer natürlich gekommen ist, war ja nicht die Elite. Das waren meistens die marginalisierten Gruppen, die in ihren Ländern ausgegrenzt wurden, in deren Region halt nicht viel Bildung war, nicht viel Unterstützung war und so weiter. Und dann kamen die halt und hatten keine Schulbildung und kamen nach Deutschland. Warum? Weil es denen am schlechtesten ging. Es sind ja nicht die Intellektuellen von uns gekommen, muss man ja auch sagen. Es sind ja nicht von uns die Dichter, die Leser, die Schreiber, die Denker und so weiter gekommen. Es sind die Leute gekommen, die Bauern waren die armen, die keine Möglichkeit hatten zu überleben in ihren Ländern oder wenig Möglichkeiten, um ein besseres Leben sich aufzubauen oder geflohen sind vom Krieg. Und deshalb, sehr, sehr wichtig, wir müssen jetzt diesen Zyklus durchsprengen eigentlich. Diese Dinge. Wir sind ja alle zur Schule gegangen. Es ist ja nicht so, dass wir alle kein Deutsch lesen können oder eine Sprache. Wir können ja so viel Deutsch lesen. Wir müssen uns selber anfangen zu zwingen, Leser zu werden. Und wir haben ja eine große Motivation, weißt du ja. Weißt du, welches ich meine? Der erste Vers, glaube ich. Genau. 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 Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, das ist sehr interessant, wo Jibri alayhi salam, wo unser Prophet Mohammed sallallahu alayhi salam, kurz bevor er Prophet und Gesandter wurde, wisst ihr sicherlich, hat er sich ja zurückgezogen. Ein sehr wichtiger Punkt allgemein, dieses Zurückziehen als Muslim und sich Gedanken machen über die Welt, über sich selber, über seinen Sinn und so weiter, sollte man öfter mal machen. Du machst es ja auch gerne so mal in die... Es gibt ja die eine Überlieferung vom Prophet sallallahu alayhi salam, einer der sich auf eine Minute oder zehn Minuten gerichtliche Gedanken macht, ist besser als auf 100 Jahre Ibadah oder... Genau, dieses Tadabbur. Ja, genau. Es gibt auch einige Eier, wie es zum Beispiel sagt, afalay tadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Sinnen sie nicht über den Koran nach oder sind ihre Herzen, sind auf ihren Herzen ihre Schlösser? Das heißt, sind die verschlossen. Der Islam ist eigentlich keine Religion, Stures auswendig lernen, Stures umsetzen, Stures so, sondern der Islam ist eigentlich eine Religion, die dich dazu anführt, nachzudenken und nachzusehen. Und dann gibt es auch Ayats im Koran, wo Allah darüber spricht, dass die Muslime in verschiedenen Positionen im Stehen, im Sitzen, im Liegen über Allahs Erschaffung, über die Erschaffung der Himmel und der Erde nachsinnen und sagen, oh Allah, warum hast du das erschaffen oder oh Allah, du hast das nicht ohne Grund erschaffen. Das heißt, der Muslim ist sowieso jemand, der viel nachdenken sollte und so und unser Prophet Salah al-Qur'an hat das vorgelebt. Leider diese Aspekte, die kommen immer viel zu kurz, dass wir darüber sprechen. Bei uns Muslimen geht es immer nur um Sture, Lernen, Sture umsetzen, das war es. Islam ist nur das. Wir haben dieses spirituell verloren, komplett, dass ein Mensch einfach irgendwo sitzt, alleine im Wald oder irgendwo in Natur oder in Moschee und einfach mal darüber nachdenkt, was der macht und was überhaupt diese Welt für einen Sinn hat. Hat der Prophet zu Hause gemacht und genau in so einem Moment kommt dann Jibril al-Qur'an zu ihm und sagt zu ihm, subhanallah, da muss man sich mal vorstellen, diese Situation macht Gänsehaut. Also du kommst einfach, jemand kommt zu dir, du bist in der Höhle, du denkst, kein Mensch ist dir, du bist voll weit von Meckern, warst du da? Jemand ist gut. Ja. Du warst in der Höhle, ne? Ich war da, ja. Wie hoch bist du? Nein, ich war nicht in der Höhle. Nein, da warst du nicht? Ich war in der Höhle, als da mit Abu Barqa also ausgewandert ist man in die andere Richtung, um die auf die falsche Fähre zu führen und dann haben die da drei Tage in der Höhle, wo die Tochter auch den Essen gebracht hat. Ah, die andere Höhle war hier, ja. Ich war nicht Rar-Hira. Hm? Ich war nicht Rar-Hira, so wird das genannt, Hira-Höhle. Nein, nein, da war ich nicht. Ja, aber es ist, aber was ich darauf hinauf wollte, es ist ja weit außerhalb meiniges und damals noch weiter, weil die Stadt Meckar ist ja gewachsen und du erwartest niemanden dort. Das ist wirklich Totenstille, niemand ist dort. Und dann auf einmal, subhanallah, kommt dann Jibri, und sagt, Rezitiere oder lies. Rezitiere oder lies. Dann sagt der Prophet, ich bin nicht jemand, der das Wissen des Lesens mächtig ist und wird gedrückt und dann nochmal und dann wird gedrückt und nochmal. Und dann kommen halt die Eier, lies im Namen deines Herrn den Menschen oder rezitiere im Namen deines Herrn den Menschen und schuf aus einem Anhängsel und so weiter. Der Menschen lehrte, was er nicht wusste, er lehrte mit einem Schreibrohr. Subhanallah, diese ersten Eierzeigen, die zeigen, dass der Islam den Menschen dazu hinführt, ein Wissender, ein nach Wissen suchender, ein lesender Mensch zu sein, der sich entwickelt. Und Allah zeigt auch hier den Unterschied des Menschen gegenüber anderen, dass er Allah subhanallah den Menschen mit dem Schreibrohr hatte und Wissen gab und so weiter. Auch was hat Adam ausgezeichnet gegenüber den Engeln in der Situation, wo Baqarah, dass Allah die Namen der Gegenstände auch genannt hat. und so weiter. Das heißt, auch gibt es rhetorische Fragen im Koran, wo gesagt wird, sind denn entweder diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Unsere Religion hat dazu geführt eigentlich, dass der Mensch sich entwickelt und liest und nachforscht. Und wenn man guckt, die Araber, weiß ihr, wie die gelebt haben? Die hatten Wüste, also Sand, Himmel, Kamel und noch ein paar andere Tiere und das war's. Die hatten keine Schreib-, fast keiner konnte lesen, fast keiner konnte schreiben, es gab keine Bücher, das Einzige, was sie hatten, war natürlich stark, war deren Poesie. Das heißt nicht, dass sie komplett nichts hatten, die hatten zwar Poesie, aber lesen und so hatten die nicht. So Parler, innerhalb von weniger, kurzer Zeit, die größten und besten Bibliotheken der Welt sind entstanden, durch den Islam. Islam hat ihnen diese Eigenschaft gebracht und leider, ja, wie gesagt, wurde sie dann in den letzten zwei, dreihundert Jahren verloren gegangen. Aber wie kommt das? Also du hast eben ein paar gute Sachen gesagt, ein paar gute Ansätze, zum Beispiel, ich kann das ja auch nur von der Perspektive eines Immigranten aus Marokko, weil ich das ja selber gesehen habe, wir kommen aus den Bergen, wir sind Pragmatiker, wir sind Bauern. Mein Vater kam dann nach Deutschland, wie du gesagt hast, stark, hat dann in der Braunkohleförderung gearbeitet. Sehr harte Arbeit. Ja, also wenn diese Untertage auch oder? Ja, das ist nicht, Untertage ist ja zu, sondern da ist ja das Loch auf, aber du bist ja trotzdem, weiß ich wie viele, sehr tief unten, weil die Kohle muss ja befördert werden und da gibt es ja so Förderbänder, die zu reparieren, also Funkalysion nennt man das. Das hat dein Vater gemacht? Genau, das heißt manchmal war es ein bisschen Matsch hier, minus 10 Grad. Also Körper ist jetzt momentan, naja klar, das ist Spuren, Gelenke und so alles. Auf jeden Fall sage ich ja und ich denke mir, wenn damals, als der Islam nach Nordafrika kam und dann auch später, es ist ja immer noch dieses, bis heute gibt es ja immer noch phasenweise Götzenanbetung, gibt es immer noch ganz komische Rituale, die da noch existieren, weil die Leute halt sehr unwissend waren. Und auch ich, oder als wir dann die Moschee besucht haben, als wir viel Islamunterricht gemacht haben, da war dieses Thema immer nie so im Vordergrund. Aber mehr ausländisch lernen, mehr das lernen, Hauptsache du kannst das. Ja, ich denke, ich denke der Grund, ich weiß worauf du, ich glaube der Grund ist einfach, dass das irgendwann mal stagniert ist. Das ist auch eine, eine, eine Sache, die passiert bei allen, allen Völkern. Und das zeigt auch Allah damit, das ist die Sunna, also das ist die, die Art und Weise, der Weg in der Menschheit. Im Khaldun erklärt das sehr schön, das ist einer der, der erste Soziologe eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte, auch wenn er sie nicht so genannt wird von vielen, aber wir müssen immer wissen, was das ist. Auf jeden Fall, dass der Mensch ja eigentlich der Zyklus von, von, ja, von Gesellschaften oder von Imperien und so weiter, wie der von einem Menschen ist. Der wird erstmal geboren, als Kleinkind, ist schwach, wird dann immer stärker, stärker und stärker, dann bist du ja dann seine richtige Kraft erreicht und dann irgendwann mal nimmt das ja langsam ab. Du wirst ja auch irgendwann mal ab 40 wirst du ja dann als Mann schwächer. Ich bin in meiner, in meiner Prime, wir ab 40 schwächer. Ich glaube, ich meine, redet ja allgemein, ich rede jetzt nicht, dann nimmt das ab und dann wird man langsam auch schwächer und das passiert ja auch mit, mit Reichen und mit, mit Gesellschaften und so weiter und ich glaube, dass dann irgendwann mal ein Peak erreicht wurde, wo echt die Muslime richtig hoch waren und sich auch darauf ausgeruht haben und sich nicht weiterentwickelt haben und in der Zeit haben sich dann andere, wie zum Beispiel der Westen, hat sich sehr entwickelt, hat dann, seine Zeit hinter sich gelassen, die Dunkelheit zum Beispiel des Mittelalters, wo man echt extrem hinten war und hat dann langsam angefangen, auch aufbauend, auch auf viel Wissen von verschiedenen Teilen der Welt, auch aus der islamischen Welt, dann das Wissen weiter zu entwickeln und wir haben uns dann ausgeruht und haben dann in den letzten drei Jahrhunderten, natürlich auch durch Kolonialisation und so weiter, haben wir uns komplett fast davon abgewendet. Mittlerweile geht das ja wieder langsam bergauf, aber das war so das Problem. Das heißt, man hat sich ausgeruht und dann ist man halt gefallen und ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, wir müssen anfangen, wieder die Ummah von Iqra zu werden. Das heißt, wir müssen anfangen, wieder, dass Bildung eine Allgemeingültigkeit hat. Wenn du guckst, zu Pallad, damals hattest du fast in jeder Familie so jemanden, der dann irgendwie Wissenschaft gelernt hat, auch wenn es islamische Wissenschaft war und dann, die, die islamische Wissenschaft gelernt haben, haben oft über islamische Wissenschaft ja auch andere Wissenschaften gelernt. Das gab es nicht so, dass der ist jetzt Islamwissenschaftler, der ist jetzt Physiker, der ist das, es war alles zusammen gemischt, die waren allrounder, so ein Multitasking-Gelehrter und ich denke, wir müssen uns daran ein Vorbild nehmen, was sehr, sehr natürlich wichtig ist, ein bisschen sich auch mit Geschichte auseinandersetzen, damit man weiß, wo wir mal waren und ja, welchen Stand wir hatten, damit wir wieder uns das als Ziel nehmen, weil wenn du kein Ziel hast, kannst du dir auch nicht mehr, kannst du, wirst du auch wahrscheinlich nicht deinen Zustand oder deinen Status quo ändern, weil viel ist bei uns, dieses natürlich, weil Leute bildungsfern sind, ist immer das Wichtige, dieses Materielles, Materielle, weißt du? Genau, da kann ich in die Kerbe rein, also auch wenn es dein Sinn oder dein Zweck oder dein Ziel, Materielles ist, du willst Geld verdienen, führt da auch keinen Weg dran vorbei. Ja. Ich glaube, Bill Gates hat gesagt, wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das schnell lesen. Mhm. Der liest ja viel, vielleicht weiß ich, ob du weißt, was der macht. Nee. Ich glaube, einmal im Monat hat er immer seine zehn Bücher, so eine kleine eigene Insel und dann ist er da Handy aus und kein Mensch ist da, nur er. Und er liest dann durch. Dann liest er seine Bücher. Und der sagt, wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das schnell, dass ich noch schneller lesen. Schnell lesen heißt in dem Kontext nicht einfach runterrattern. Bücher lesen heißt auch nicht einfach lesen und nicht verstehen. Weil viele verstehen, ich habe zwei Bücher gelesen, hat aber nichts mitgenommen. Nee. Bücher lesen, also man muss natürlich auch lernen, wie man liest und lernen, wie man aus Büchern auch Wissen entnimmt und auch, dass man das nicht dreimal lesen muss, bis man überhaupt etwas verstanden hat. Das Problem zum Beispiel hatte ich ja früher. Weil ich komme ja von den praktisch bildungsfernen Teilen, den du beschrieben hast früher. Ja. Bei mir hat das ja mit 18, 19 angefangen, wo ich ja selber dann angefangen habe zu lesen. Oder ich bin beim Vorwort zehnmal eingeschlafen. Ich habe gesagt, welcher Mensch kann denn diese 200 Seiten lesen? Wie soll das gehen? Das haben aber auch ganz viele von unseren Leuten. Oder mein Kopf war, das war Quälerei ohne Ende. Aber heute geht gar nicht mehr. ohne. Aber wie gesagt, auch für die Menschen, die auch Karriere machen wollen oder die anerkannt werden wollen. Und da führt leider kein Weg dran vorbei. Ihr müsst euch angewöhnen zu lesen. Das muss, wie du sagst, deine Rhetorik verbessert sich. Dadurch, dein Allgemeinwissen wird besser. Du kannst bei vielen Sachen mitreden. Du eignest dir an, schnell Wissen aufzunehmen, schnell was auszuarbeiten. Jemand gibt dir eine Seite und du musst jetzt eine Präsentation halten. Du guckst einmal drauf, du weißt genau, okay, das sind die wichtigsten Sachen, die markiere ich schnell, weil du das die ganze Zeit mit Büchern machst. Kannst du hingehen, deine Präsentation halten. Also egal, wer mir sagt, ich empfehle ja immer Bücher und so, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, wenn nicht mit das Wichtigste ist, einfach lesen. Du musst lesen. Und das ist nicht durch Hörbuch. Viele sagen, ich habe Hörbuch ersetzt. Ich halte auch nichts von, das ist auch Lesen, aber ich halte nichts von diesen Tablets, wie heißen diese? Kindles und so weiter. Da halte ich nichts von. Das Buch muss immer physisch sein. Das musst du anfassen. Papier anpassen, schreiben. Irgendwie hat das auch eine Magie da drin. Also wenn sich die Leute viel Mühe gegeben haben, die das Buch geschrieben haben, du merkst das. Du fühlst das. Also vielleicht habe ich das nur, keine Ahnung. Ich mag auch nicht von Tablet lesen. Mag ich nicht, dieses Licht und so. Und deswegen ist das the value of the day. Ja. Ganz wichtig, lesen, immer mit Marker lesen, die wichtigsten Stellen markieren, rausschreiben. und wenn das Stellen sind, die dich inspiriert haben, direkt mit deinem Freundeskreis teilen, mit deinen Eltern teilen, so bleiben die Sachen auch im Gehirn. Man sagt, wenn du es 23 erzählt hast, beim 24 hast du es selber verstanden. Kennst du die Geschichte mit diesem Schaf? Nee. Da ist ein Schafshürze, der ist zur Schule gegangen, die haben was gelernt und der Mann hat gesagt, geht und erzählt das jedem, den ihr kennt. Und er kannte ja keinen, er hat nur seine Schafshürze. Hat das natürlich den Schafen erzählt. Nee, ich habe mehr, mehr gemacht, nachdem er das erzählt hat. Also sag mal, ich habe nicht verstanden. Und beim 23. Schaf, also hat er das 14. immer so ein Ohr genommen, das wieder erzählt, wieder so mehr, mehr. Hat er gesagt, okay, du hast nicht verstanden, aber jetzt habe ich das verstanden. Ja. Weil er so oft erzählt hat. Ja, weil er durch das Wiederholen der Information, nicht nur durch das Wiederholen, weil wenn du es jemanden erklären musst, musst du ja dafür sorgen, dass er es versteht. Das heißt, du musst dir ja noch mehr Mühe geben. Sag mal, du hast das sehr abstrakt verstanden, sehr kompliziert verstanden. Aber jetzt musst du meinen irgendeinem kleinen 10-Jährigen. Ich muss mir ja so viel Mühe geben, immer wieder und immer wieder, bis ich sehe, der hat das verstanden. Und dann habe ich es auch erst ich richtig verstanden. Und das ist wichtig. Das heißt, die markierten Stellen rausschreiben, mit Leuten darüber reden und das Buch wirklich ausarbeiten. Und jetzt ganz, ganz wichtig, aufhören, Bücher zu sammeln. Staubfänger. Dass man motiviert ist, ja, was sind die besten Bücher? Dann bei irgendwelchen Influencer guckt, da hat er empfiehlt die. Amazon bestellt, man ist motiviert, 120 Euro. Und dann stapelt man die und dann hat man wieder diese richtige. Sondern sagt euch selber, wenn ich das Buch gelesen habe, wenn das fertig ist, dann bestelle ich erst das nächste. Dadurch ist man auch ein bisschen gezwungen, die Sachen zu Ende zu bringen. Und man lernt auch, Sachen dann zu Ende zu bringen. Und es gibt auch, ganz kurz, es tut auch etwas mit einem, wenn du so ein 300 Seiten Buch mal durchgearbeitet hast, durchgelesen hast. Klar. Das Erfolgserlebnis allgemein, ein Buch durchgelesen zu haben, ist eines der schönsten Sachen so. Da sagst du, das habe ich schon mal durchgearbeitet, das habe ich schon durchgearbeitet, das habe ich schon durchgearbeitet. Das macht natürlich auch eine Selbstwertgefühlsteigerung. Genau. Und Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das kommt ja alles von einem selber und das, wie Sekiria sagt, das sorgt dafür. Und eins dürft ihr nicht außer Acht lassen, wir sind ja in dieser Jammerlappen-Generation, Jammerlappen, darauf nur, keiner liest jetzt, stell dir mal vor, du fängst damit an. Früher, darfst du nicht, früher habt ja jeder gelesen, früher war ich ja der Anaphabet. Ich war ja der Einzige, der nicht gelesen hat. Die haben mich alle schief angeguckt. Wo ich dann angefangen habe mit 18, 19, wo ich mit diesen, sag ich mal, erfolgreichen Leuten dann kennengelernt habe, die haben das nicht verstanden. Und ich kam mir vor wie so der größte Vollidiot. Aber heute macht das ja keiner. Also die Leistungsdichte ist ja nicht mehr so wie früher, jeder hat gelesen, jeder hat da, sondern wenn du jetzt heute anfängst, dich selbst zu bilden und dir lesen aneignst, dass das eine Superkraft wird, dann wirst du dich auch sehr, sehr schnell von den Leuten abheben. Danke für Zuschauen, danke für Abonnieren, liken, teilen, danke für euren Support. Und wir sehen uns inshallah beim nächsten Mal. Ja, und wenn ich noch eine Kleinigkeit, es ist nicht wichtig, welches Buch... Wenn ihr gerade zu viel Geld zu viel zufügt habt. Nein. Liest erst mal, wie er sagt. Liest Playpoint. Es ist jetzt nicht richtig, ah, was soll ich... Fang erst einfach an zu lesen. Wichtig ist erst mal anzufangen. Wenn du anfängst, regelmäßig zu lesen, dann kommt automatisch irgendwann mal das Interesse für ein bestimmtes Themenfeld und so weiter und dann welches Buch und dann suchst du, das kommt. Aber, was wichtig ist, erst mal anfangen, weil so immer prokrastinierst du. Du schiebst das immer vor, immer, ah, bis ich das Buch habe, bis ich das... Danach wirst du es nicht anfangen. Fang einfach erst mal an. Weißt du, womit ich angefangen habe? Nachdem ich halt dieses eine Buch gelesen habe, was für mich sehr anstrengend war, habe ich mir angewöhnt, immer so zwei, drei Seiten zu lesen von Sachen, die mich interessiert haben. Und damals mit 18 war es halt viel Fußball. Fußball, Fußballmanagement, diese Biografien zu lesen. Boah, wie hat er das mit diesem Transfer gemacht? Und dann... Das macht ja Spaß. Dann bleibst du ja dran. Dann musst du das lesen, was dir Interesse macht am ersten... Das will ich damit sagen. Du hast jetzt Interesse Immobilienmarkt, du hast Interesse, keine Ahnung, Fußballmanager, du hast Interesse Fashion. Ja. Dann such dir denjenigen aus, wo du meinst, okay, das ist die Koryphäe in diesem Bereich. Such seine Biografie und fang die an, weil das wird dir dann Spaß... Weil du wirst es dir auch Bild, also du dir auch vorstellen, deine Kreativität, dein Gehirn wird wieder besser auch arbeiten, miteinander arbeiten. Und in dem Sinne, ja, danke. Danke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.